In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit Inhalten der IQSH Mediathek die Methode Flipped Classroom für Ihre Lerngruppe umsetzen können. Als Lehrkraft in Schleswig-Holstein haben Sie Zugriff auf das gesamte Angebot der IQSH Mediathek, das nicht nur aus Videos, sondern auch aus interaktiven Aufgaben, Arbeitsblättern und Arbeitsheften, Audiodateien sowie kombinierten Wissenspaketen besteht. Flipped Classroom ist eine Methode, die die typische Zuordnung von Stoffvermittlung in der Unterrichtsstunde und Übungen als Hausaufgabe umdreht. Schülerinnen und Schüler erhalten als Hausaufgabe, sich einführend mit einem Thema zu beschäftigen. Die Übungsphasen werden dann in die Unterrichtsstunden verlegt. Die Einführung in das neue Thema geschieht dabei in der Regel über ein Video, das die Schülerinnen und Schüler sich zu Hause ansehen sollen. Während des Unterrichts in der Schule kann dann die Anwendung oder Vertiefung der Inhalte im Vordergrund stehen, wodurch eine individuelle Betreuung der Lernenden erleichtert wird. Um dieses Video oder auch ein anderes Medium zur Verfügung zu stellen, melden Sie sich in der IQSH Mediathek an und suchen nach einem passenden Stichwort. Wenn ich zu viele Ergebnisse erhalte, kann ich entweder filtern oder genauere Suchbegriffe eingeben. Zum Beispiel Photosynthese, Lichtreaktion. Hier ist ein passendes Ergebnis. Ich speichere es in einer Medienliste, indem ich auf die Schaltfläche Medienliste klicke. Hier habe ich die Auswahl, eine bereits vorhandene Medienliste zu verwenden oder eine neue anzulegen. Ich finde hier bereits die Liste Photosynthese. Ich klicke auf zu gewählter Liste hinzufügen und das Medium befindet sich auf der Liste Photosynthese. Als nächstes klicke ich links im Menü auf Schülerzugänge und erstelle Codes für meine Schülerinnen und Schüler, die das Video ansehen können sollen. Ich benenne die neue Zugangsliste mit 11a und klicke auf Erzeugen. Nun kann ich entscheiden, wie viele einzelne QR-Codes für meine Schülerinnen und Schüler erzeugt werden sollen. Die 11a hat 15 Jugendliche. Ich erzeuge also 15 QR-Codes, die ich der Klasse bei nächster Gelegenheit aushändige. Dazu klicke ich auf Liste drucken und erhalte die Möglichkeit, die QR-Codes auf DIN A4 auszudrucken, sodass jede Schülerin, jeder Schüler einen individuellen QR-Code von mir bekommen kann. Nun müssen die Medienliste und die Schülerzugänge noch miteinander verknüpft werden. Ich klicke dafür auf Klassenregal und finde hier die Schaltfläche Medienliste hinzufügen. Ich klicke auf die Schaltfläche hinzu und finde dort in meinen Medienlisten auch die Liste Photosynthese, die ich der 11a zur Verfügung stellen möchte. Jetzt befindet sich im Klassenregal die Liste Photosynthese und die Schülerinnen und Schüler können ab diesem Moment mit ihrem QR-Code das entsprechende Video aufrufen. In der unterrichtlichen Praxis zeigt sich übrigens häufig, dass die Lerngruppen anfangs die für diese Methode notwendige Selbstständigkeit noch nicht aufbringen können. Hier können ergänzende Aufgaben helfen, zum Beispiel eine Stichwortliste zum Video erstellen zu lassen oder offene Fragen aufzuschreiben. Sie können Videos auch selbst um interaktive Aufgaben ergänzen. Dies funktioniert mit Hilfe des Tools H5P, das ebenfalls in der IQSH Mediathek zur Verfügung steht.